In diesem Teil meines Crashkurses möchte ich dir den Lesefortschritt vorstellen. Der Lesefortschritt oder auf Englisch Reading Progress ist ein Tool im Microsoft Teams, mit dem du deinen Schülerinnen und Schülern helfen kannst, ihre Lesekompetenz zu verbessern. Um nun eine Aufgabe mit dem Lesefortschritt zu erstellen, gehen wir in unserem Schulungsteam Crashkurs in den Bereich Aufgaben und erstellen eine neue Aufgabe. Es geht hier nun um eine Leseübung eines Märchens. Hier bei Anweisung könntest du noch eine Anweisung eingeben und unter dem Punkt Anfügen gibt es nun den Punkt Lesefortschritt. Du hast nun die Auswahl, entweder importierst du einen Text oder du greifst auf die Beispielbibliothek zu. Die Beispielbibliothek ist im Moment allerdings nur auf Englisch. Das bedeutet, wenn du mit deinen Schülerinnen und Schülern auf Deutsch das Lesen üben möchtest, kannst du auf diese Beispielbibliothek nicht zugreifen. Daher importiere ich nun ein Dokument und ich habe die Auswahl, das Dokument entweder aus meinem OneDrive, aus einem meiner Teams, aus dem Kursnotizbuch oder von meinem Gerät hochzuladen. In meinem Fall nehme ich nun ein Märchen, das in meinem Kursnotizbuch gespeichert ist. Das Aufgabenmodul greift nun automatisch auf das verknüpfte Kursnotizbuch dieses Teams zu und im Abschnitt Nur für Lehrer habe ich nun einen Bereich Lesen und dort liegt das Märchen Rotkäppchen. Ich klicke auf Anfügen und das Märchen wurde nun hereingeladen. Du siehst, es enthält 619 Wörter, die Sprache ist Deutsch und hier ist bereits das Märchen. Am Ende dieses Textes siehst du noch das Wort Ende. Möchtest du das entfernen, klickst du auf Bearbeiten, kannst ans Ende des Textes scrollen, das Wort Ende entfernen und mit dem Häkchen bestätigen. So kannst du auch noch Fehler im Text ausbessern oder auch Passagen löschen. Auf der rechten Seite kannst du nun noch Einstellungen treffen, beispielsweise das Genre, die Anzahl der Versuche festlegen, wie oft dein Schüler oder deine Schülerin also diese Aufgabe versuchen kann. Dann kannst du ein Zeitlimit festlegen und auch die Empfindlichkeit der Aussprache definieren. Ich lasse das hier nun auf Standard und lege als Zeitlimit 5 Minuten fest. Dann gibt es hier am rechten Rand auch noch den Lesecoach. Der Lesecoach identifiziert die fünf herausforderndsten Wörter und bietet unabhängig von dieser Übung dann Unterstützung. Du kannst auch noch festlegen, ob du ein Video anfordern möchtest. Das deaktiviere ich jetzt, weil ich mich rein auf das Lesen meiner Schülerinnen und Schüler konzentrieren möchte. Klicke auf Weiter, lege noch die Punkte fest und weise nun diese Aufgabe zu. Ich habe für dich nun in die Ansicht meines Testschülers gewechselt. Hier ist bereits die Leseübung zugewiesen worden. Ich öffne nun diese Leseübung. In der Aufgabe siehst du bereits die Leseübung Rotkäppchen zugewiesen. Ich klicke nun auf Rotkäppchen und es öffnet sich nun das Fenster des Lesefortschrittes. Wenn du oder deine Schülerinnen und Schüler Teams im Browser nutzt, kann es sein, dass du noch die Verwendung des Mikrofons bzw. der Kamera zulassen musst. Da ich beim Erstellen der Aufgabe kein Video angefordert habe, steht es deinen Schülerinnen und Schülern nun frei, hier ein Video einzuschalten oder das Video zu deaktivieren. Mit einem Klick auf Start startet nun die Leseübung. Rotkäppchen. Ein Märchen der Brüder Grimm. Es war einmal ein kleines süßes Mädchen, das hatte jeder lieb. Am allerliebsten ihre Großmutter. Einmal schenkte die Großmutter dem Märchen ein rotes Kapperl. Ich überspringe nun den Rest dieses Textes und klicke am Ende auf Fertig. Es besteht nun noch die Möglichkeit, sich diese Aufzeichnung anzuhören, es erneut zu versuchen oder wir verwenden nun diese Aufzeichnung für die Abgabe. Die Aufnahme wird nun meiner Abgabe hinzugefügt und hier hätte nun der Lesecoach bereits analysiert, bei welchen Wörtern ich Probleme hatte und bietet mir nun separate Übungen an. Da es sich wie hier ersichtlich um eine Preview handelt, sind die Wörter, die der Lesecoach erkennt, leider nicht immer ganz korrekt. Ich schließe nun allerdings diese Aufgabe ab und gebe auch meine Lesehausübung an meinen Lehrer zurück. Ich befinde mich nun wieder in meiner Ansicht als Lehrperson und klicke nun auf die Leseübung Märchen. Ich sehe, mein Testschüler hat die Aufgabe bereits abgegeben. Ich klicke darauf und bekomme nun das Fenster des Lesefortschritts. Die automatische Fehlererkennung hier auf der linken Seite ist in Deutsch auch nach wie vor in einer Preview-Version. Das bedeutet, dass die Fehler, die hier erkannt worden sind, nicht immer so korrekt angezeigt werden, wie in der englischen Variante. Ich kann hier noch die Empfindlichkeit der Aussprache justieren. Es werden dann auch die Fehler neu berechnet und hier links oben kann ich mir die Aufzeichnung nun anhören bzw. wenn ein Video aufgenommen wurde, auch ansehen. Farbig markiert erkennst du nun die Arten der Fehler, seien es nun Einfügungen wie hier in Türkis, eine Wiederholung beim Wort Allerliebste oder eine Einfügung Märchen anstatt Mädchen. Diese pink markierten Punkte sind Auslassungen. Möchtest du das Ganze selbst korrigieren, besteht diese Möglichkeit natürlich auch. Du kannst beispielsweise auf ein Wort klicken und kannst es nun markieren. Als richtig, falsche Aussprache, Auslassung, als eingefügt, als Wiederholung oder als Autokorrektur. Mit einem Klick hier rechts oben auf Insights könntest du auch noch eine Auswertung verschiedener Leseübungen über einen längeren Zeitraum sehen. Da der Testschüler bisher aber nur diese eine Leseübung abgegeben hat, sind diese Insights noch nicht sehr aussagekräftig. Bist du mit der Analyse des gelesenen Texts fertig, kannst du nun noch die Punkte vergeben. Da das nur eine Demoaufgabe ist, lasse ich das Feld nun frei und ich kann die Aufgabe wieder zurückgeben. Sieht sich nun mein Demo-Schüler diese Aufgabe nochmals an? Erhält auch er oder sie die Fehlerübersicht und kann sich seinen gelesenen Text auch noch einmal anhören. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video zeigen, wie du mit Hilfe des Lesefortschritts im Microsoft Teams Leseübungen für deine Schülerinnen und Schüler gestalten kannst. Auch wenn die Worterkennung in Deutsch noch nicht so gut funktioniert wie in Englisch, also der Sprache, in dem der Lesefortschritt entwickelt wurde, bietet er in meinen Augen trotzdem einige Möglichkeiten, wie du deine Schülerinnen und Schüler unterstützen kannst. Viel Spaß beim Ausprobieren!